Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video zu DieSiedelOnline. Im heutigen Video möchte ich der Frage nachgehen, kann man zwei Weihnachtsmärkte parallel laufen lassen? Falls ja, wie geht das bzw. wenn es geht, was muss man dafür beachten? Meine aktuelle Ausgangslage zum Weihnachtsevent bzw. zum Thema Weihnachtsmarkt ist, ich habe insgesamt ein Tempo von 400. Dies setzt sich zusammen, dass ich natürlich einen voll ausgebauten auf Stufe 4 Weihnachtsmarkt vor meinem Rathaus habe, wo ich mit 27 Produktionsgebäuden versorgt habe bzw. um den Weihnachtsmarkt umgestellt habe. Zwei Weihnachtsmärkte habe ich jetzt einfach mal hier hingestellt. Diese könnt ihr natürlich positionieren, wo ihr möchtet. Das werde ich natürlich später woanders noch hin tun. Und ein weiterer Weihnachtsmarkt wäre hier, Stufe 4. Warum Stufe 4? Um natürlich auch auf dieses Video darauf einzugehen bzw. was man natürlich dann auch machen muss, wenn man zwei Weihnachtsmarkte parallel laufen lassen möchte. Daher ist auch dieser Stufe 4. Und wo ich den hinbaue, das werdet ihr gleich sehen. Und natürlich werde ich dann die Frage beantworten, geht das, was muss man beachten. Im Vorfeld möchte ich euch natürlich auch zeigen, dass meine Abklingzeit von den Weihnachtsmärkten mittlerweile auf 5 Stunden 15 Minuten reduziert ist. Und im aktuellen Weihnachtsevent gibt es natürlich auch wieder zwei Weihnachtsmärkte zu erwerben. Und zwar hier und zwar zwei und einer kostet natürlich dann 1.995. Ich kaufe jetzt beide. Das dauert natürlich dann ein wenig. Diese gehen natürlich dann auch wieder in dem Sterr-Menü. Im Sterr-Menü suchen wir sie natürlich. Und stellen diese auf meine Insel. Ein kleiner Schnitt. Das heißt, beide Weihnachtsmärkte sind jetzt aufgebaut. Dementsprechend habe ich jetzt ein Tempo von 600. Das heißt, sechs Weihnachtsmärkte sind auf meiner Insel aufgebaut. Dadurch reduziert sich die Abklingzeit auf 3 Stunden und 30 Minuten. Und da ich ja meinen Weihnachtsmarkt hier bereits aktiviert habe, ist nur noch eine Abklingzeit von knapp 7,5 Minuten. Und das ist auch sehr perfekt, weil ich dann euch in diesem Video eigentlich ohne Zeitverzögerung zeigen kann, worum es halt in diesem Video halt geht. Um euch das zu zeigen, wo ich den zweiten Weihnachtsmarkt hinbauen möchte, also den zweiten Weihnachtsmarkt auf Stufe 4, muss ich dabei sagen, habe ich den Sektor 9 für mich gewählt, weil ich da halt eine sehr quadratische Bauweise vorfinde. Und davon der Weihnachtsmarkt natürlich dann perfekt profitiert sozusagen. Ich muss natürlich hier einiges Bauliches verändern. Das möchte ich euch Schritt für Schritt, nehme ich euch da gerne mit. Für diejenigen, die das etwas langweilig finden oder nicht interessieren, können natürlich diesen Umbaupart überspringen und schaut sich halt das Video dann erst ab da wieder weiter, wo ich dann auch mit der Frage beantworte, beantworte, geht das oder geht das nicht mit den zwei Weihnachtsmärkten. Wer sich halt auch die Frage gestellt hat, mit den zwei Weihnachtsmärkten parallel laufen zu lassen, ist dieses Video natürlich perfekt. Und deswegen gehe ich da auch Schritt für Schritt ein, wie ihr das machen müsst, beziehungsweise was ihr da beachten müsst. Daher wird das Video natürlich dann etwas länger als sonst, aber ich denke mal, das sollte kein Problem sein. Für diejenigen, die das interessiert und auch genauso eins zu eins machen möchten, ist diese Schritte, denke ich mal, sehr interessant. Wenn ihr den Weihnachtsmarkt einmal anklickt, habt ihr natürlich jetzt hier auf Stufe 4 den grünen Bereich sozusagen, wo halt der Weihnachtsmarkt, falls ja aktiv ist, die ganzen Produktionsgebäude waft. Wie gesagt, in dem Fall in Sektor 1 vor meinem Rathaus sind es 27 Stück. Mit der Hilfe dieses grünen Buff-Bereich könnt ihr natürlich jetzt sehr gut abschätzen, wo ihr diesen Weihnachtsmarkt hinbauen wollt. In meinem Fall Sektor 9. Dementsprechend muss ich mir halt eigentlich eine mittige, zentrale Position hier suchen und dann kann ich halt maximal zweieinhalb Felder zu jeder Seite berechnen und dann würde das dementsprechend mittig, würde ich sagen, hier. Ja, hier. Ja, wir gehen das mal Schritt für Schritt durch. Ich habe, also es gibt zwei Möglichkeiten. Ich versetze die beiden Fischzuchten. Warum zwei, das seht ihr gleich. Da der Weihnachtsmarkt halt zweieinhalb Felder zu jeder Seite ja, bufft ist natürlich dann die Überlegung, wenn ich es hier in der Mitte tue, sind es halt zwei direkt hierhin und würde dann natürlich auch in dem unteren Bereich perfekt passen. Warum ich das teste, ist halt, dass ich zum Beispiel diese vier Metzgereien, die ich hier so separat, aus optischen Gründen halt separat hingestellt habe, ich kann diesen, ja, dieser Streifen, der hier frei ist, diese könnte ich dann halt, ja, hier direkt dran bauen und das werden wir gleich mal testen, ob das geht, beziehungsweise vielleicht ändere ich das auch gleich nochmal. Einen kleinen Zwischenschritt. Ich habe die vier Metzgereien davon weggestellt. Das mal hier hin. Die beiden Lagerhäuser, die hier standen, abgerissen. Der nächste Schritt wäre jetzt natürlich dann die Straßen, die ja nur aus kosmetischen Gründen von mir gemacht werden, damit ich halt, ja, einfach mir so ein Raster ziehen kann, um zu zeigen, ähm, für mich halt besser abklären zu können, wo ich welche Bauformen halt von Gebäuden hinstellen kann. Der nächste Schritt ist die Versetzung des bereits auf Stufe 4 gelevelten Weihnachtsmarkt natürlich dann auch zu versetzen. Daher erstmal testweise hier hin. Das kostet 2000 Edelholz und 2000 Granit jedes Mal für Ruf für das Versetzen. Wenn ihr mit der Überlegung spielt, halt auch einen zweiten Weihnachtsmarkt aufzubauen und der muss jetzt auch nicht Stufe 4 sein. Er kann natürlich auch 1, 2 oder 3 sein. Dementsprechend habt ihr natürlich dann auch nur einen begrenzten oder beziehungsweise einen kleineren Bereich, den ihr mit, ja, Produktionsgebäude natürlich dementsprechend drum herum stellen könnt, die dann wiederum von dem Buff vom Weihnachtsmarkt profitieren. Daher für mich Stufe 4, äh, ja, die sinnvollste Art und Weise damit umzugehen. hier auch mal ein Problem, was vielleicht die einen oder anderen kennen. Der Weihnachtsmarkt, wenn ihr den aktiviert, ähm, würde natürlich dann nur, ähm, die Gebäude treffen, die nicht gebufft sind. Das heißt, meine sind jetzt mit gegrillten Steaks gebufft. Somit würde der Buff, der vom Weihnachtsmarkt ausgeht, nicht auf die Produktionsgebäude ja, gemacht werden. Dementsprechend, was für mich bedeutet, dass ich die Buffs natürlich dann von den Fischzuchten beziehungsweise von den anderen Gebäuden wegnehmen muss, um, ja, um euch da, um euch noch was zu zeigen. Die Frage, die auch regelmäßig kommt, ist, wie kann man denn, ja, bestehende Buff von Gebäuden nehmen? Und zwar mit den Buff, die heißen Förderungen stoppen. Diese findet ihr natürlich dann, wenn ihr sie hergestellt habt, in dem Stern. Wo ihr sie herstellen können, ist natürlich im Raritäten-Proviantlager und zwar unter Förderung. Hier, ja, das erste direkt. Das mache ich natürlich jetzt direkt nach, weil ich jetzt einige verbraucht habe. Ihr braucht dafür einfaches Papier und Wasser. Ich produziere jetzt einfach mal 100 nach. Aber das ist nur so ein Rarenthema halt. Im Sektor 9 beim Weihnachtsmarkt wieder angekommen. Alle Buffs sind weg, wie ihr auch hier sehen könnt. Ich habe jetzt mehr weggenommen eigentlich, als ich überhaupt da brauche. Stufe 4 und ihr seht schon, die grüne Markierung sind jetzt alle Gebäude, die jetzt davon profitieren würden. Da seht ihr halt, dass die jeweilige ja, so Zahlen dann dementsprechend sind. Wie ihr sehen könnt, sind diese Fischzuchten schon nicht mehr mit drin und die äußeren, also sprich diese beiden hier, auch nicht mehr. Das heißt, nur in diesem Umfang wäre das, wenn ich den hier stehen lassen würde. Ich habe mal den Weihnachtsmarkt von diesem Feld auf diesem Feld versetzt. Dort könnt ihr auch jetzt überprüfen, wie das sich jetzt verändert hat. Dort werden jetzt diese Fischzuchten mitgenommen, allerdings halt die hintere nicht mehr. Das ist ja auch klar, da sich das halt um ein komplettes Feld verändert. Als Beispiel habe ich jetzt eine verbesserte Metzgerei einfach mal hier vorhin gestellt zur Kontrolle. Der Buff-Bereich, wenn ich den nicht verändere, oder beziehungsweise es ist ja ein festgestrebener Quadrat, profitiert da leider nicht mehr von. Es geht zwar ein halbes Feld hier in das eine Gebäude rein, allerdings profitiert diese Metzgerei nicht mehr davon und das Problem verstehe ich halt nicht, weil in dem Weihnachtsmarkt hier vorne ist derselbe Bereich und diese Gebäude sind auch nur halb drin und die profitieren halt vom Weihnachtsmarkt. Ihr seht das halt auch, Weihnachtsmarkt Förderungsstufe 4 sind noch 8,5 Stunden. Das geht halt hier oben nicht wirklich und wie ich ja eingangs sagte 2,5 Felder in jeder Richtung und das ist ja dann sozusagen 2,5 und es geht leider nicht. Ach, ich muss ja auch erstmal den Buff wegnehmen. Ja, man muss natürlich das auch beachten, dass der Buff, den ich ja gerade schon sagte, erst wegnehmen und selbst dann wie gesagt Buff weggenommen. War aber meine Vermutung auch richtig, das Gebäude, also sprich die Metzgerei wird nicht in den Bereich vom Weihnachtsmarkt mit reingenommen. Nach einer kleiner Überlegung habe ich den Weihnachtsmarkt nochmal ersetzt. Genau hierhin zu sehen sind jetzt auch die Gebäude die jetzt davon betroffen sind. Das wären außer diese Reihe und diese vorne hier. Ich werde das gleich natürlich auch umändern, das heißt die Prachtvollen Wassermühlen weg und hier das etwas umstellen. Dieses Lagerhaus wird dann auch abgerissen, da das halt in dem Buff Bereich ist. Allerdings ich erkläre das auch gleich. Ich kann es auch 1 zu 1 direkt machen während der Aufnahme. und zwar Gebäude abreißen, verbessertes Lagerhaus. Natürlich werde ich dadurch meine Lagerkapazität etwas kurzzeitig verringern, aber das ist es mir wert. Das Problem an diesem Bauplatz war eh und je, dass hier ein Baum steht und das verbesserte Lagerhaus und da wird es mit Sicherheit auch noch ein anderes Video zu geben, wo ich darauf eingehe. Ist ja wie gesagt diese Bauform, was ich ja gerade abgerissen habe und hier ist allerdings nur ein 2x2 Feld, das heißt diese Fläche von dieser Baum halt der den Anspruch nimmt würde jetzt verfallen. Was jetzt bedeuten könnte, man könnte jetzt ein anderes Lagerhaus da reintun, beispielsweise halt das grüne Lagerhaus hier, das würde halt auch gehen und somit würde dann ich setze jetzt einfach mal es wird dann halt gebaut und hier vorne seht ihr halt dass ein kleiner Bereich frei ist. Da ich das unschön finde und dementsprechend mich selber wahrscheinlich auf längere Zeit stören würde oder beziehungsweise kommt das Lagerhaus auch weg. Also war das jetzt sehr sinnbefreit, dass ich das da hingebaut habe. Es gibt natürlich jetzt die Möglichkeit des Lagerturms der Lagerturm hat eine Baufläche die ihr in Anspruch nehmen von 1x1 und immer wenn ihr dann halt ein Gebäude setzen möchtet seht ihr als Hilfe diese grünen Markierung auf der ganzen Insel wo ihr den hin platzieren könnt. In dem Fall würde das nur hier vorne gehen aber ich möchte das gerne da haben und da haben wir ein weiteres Problem in DSO dass wenn Gebäude davor stehen kann man in den meisten Fällen gewisse Möglichkeiten einfach nicht dem Lagerturm da hinstellen wo man den gerne haben möchte oder beziehungsweise in dem Feld wo ich das jetzt gezeigt habe um dieses Problem zu lösen ganz einfach wir versetzen die Fischzucht die vorher hier stand einfach weg das habe ich natürlich jetzt schon getan wählen den Lagerturm und plötzlich können wir den Lagerturm dorthin bauen da wo ich den gerne haben möchte der Lagerturm ist nun jetzt fertig gebaut der Grund warum ich den Lagerturm dorthin baue ist natürlich dass die umstehenden Gebäude halt dann mehr produzieren wenn ich den Weihnachtsmarkt dementsprechend aktiviere da ich sonst die nächsten Lagerhäuser halt hier hinten erst habe oder ein Lagerturm ist hier und einer ist noch hier das heißt zentral ist sozusagen eigentlich nur außen hier und außen da daher würde hier viele viele rohstoffe verlieren das wie gesagt baue ich natürlich noch um die nächste frage ist natürlich jetzt auch was mache ich mit dem ein Feld was da noch ist das könnte man jetzt auch mit meinem berühmten Salatblatt machen aber auch hier dasselbe problem man kann es nicht hin bauen ich probiere jetzt denselben trick versetze diese Fischzucht weg die Fischzucht versetzt und dort ist dieses ominöse 1x1 Feld was mich dann natürlich stört das probieren wir jetzt mit einem Salatblatt und selbst nach den Versetzungen der Fischzucht gibt der Trick nicht dass ich da ein Salatblatt hinbauen kann weil die Ausgangslage wäre dass ich das so gerne habe und dieses Feld soll besetzt werden weil ich möchte dort später kein ich möchte dort halt keine Event Ressourcen beziehungsweise daher alle 8 Stunden neue Ressourcen auf der Insel respawn möchte ich da dass das vermieden wird und daher möchte ich da was hinbauen was halt geht ich habe mich für die Kisten entschieden die passen dort auch hin auf der Bau so sieht es aus wenn es aufgebaut ist ich kann natürlich jetzt in dem Fall als Beispiel jetzt da ein zusätzliches Gebäude hinbauen wo das Lagerhaus vorher stand und habe jetzt hier den Vorteil dass ich halt relativ noch mittig noch so ja etwas mittig halt noch diese äußeren Gebäude hier mit einem Lager Turm ab ja sozusagen versorgen kann ein weiterer Lager Turm baue ich hier hinten hin den anderen baue ich schon mal auf zwei aus hier entferne ich die ganzen Gebäude was natürlich jetzt pro Fischzucht immer 1000 Marmor und 1000 Münzen aber das ist es mir erstmal wert ich stelle sie halt erstmal quer auf meine Insel irgendwo hin um da frei zu haben da eine so relativ große Umbaumaßnahme natürlich auch bedeutet dass ich die versetzenden Gebäude irgendwo hinstelle und ich habe irgendwann nicht mehr genug Platz dementsprechend vielleicht als kleiner Tipp ihr könnt natürlich dann die ganzen Übungsgelände oder Gebäude die ihr kurzzeitig nicht benötigt man könnte auch die generelle ins Sternmenü verfrachten ich für meinen Teil reiße meistens dann halt die Übungsgelände einfach ab und habe da eine temporäre Freifläche wo ich dann die Gebäude zentral hinbaue kann beziehungsweise hinstellen kann ein Zwischenschritt ich habe die prachtvollen Wassermühlen hier vorne hingesetzt sie werden eh nicht durch den Buff des Weihnachtsmarkts betroffen und da ich genug Wasser habe brauche ich die natürlich dann nicht mitten im Weihnachtsmarkt hinzustellen die Überlegung ist natürlich immer was man um den Weihnachtsmarkt hinstellen möchte die wichtigsten Gebäude zum Beispiel Waffenproduktion oder Goldproduktion was auch immer ich werde jetzt auch temporär erst einmal die Fischzuchten da rumstellen ich denke mal es wird halt irgendwann ein anderes Video dazu geben wo ich das wieder umstelle wie gesagt mein Hobby ist halt regelmäßig umzustellen und ja aber das werden wir dann in Zukunft sehen deswegen werde ich jetzt erstmal hier ein bisschen weiter bauen und euch das gleich zeigen wie es dann aussieht wenn es geändert wurde ein kleiner weiterer Zwischenschritt ich habe die Bäckerei plus die Mühlen von hier versetzt und zwar in dieser Reihe so sieht es halt für mich optisch aus also gut aus werden natürlich auch wie gesagt von wie die Wassermüll nicht von den Weihnachtsmarkt betroffen und da ich von diesen Ressourcen auch genug habe brauche ich sie nicht in den Weihnachtsmarkt reinzustellen so sieht es bisher aus in dem Weihnachtsmarkt sind jetzt nur noch Fischzuchten und ja ich weiß ich brauche definitiv den Weihnachtsmarkt nicht nur mit den Fischzuchten da ich eigentlich genug Fische habe allerdings stelle ich das jetzt erstmal dahin auch für das Video um euch zu zeigen wo ich den Weihnachtsmarkt mich jetzt entschieden habe der steht da und so wird es jetzt erstmal stehen bleiben hier hinten habe ich drei freie Plätze da gucke ich mal was ich da gleich noch hin bauen werde hier vorne werde ich wahrscheinlich wieder die Metzgereien hin bauen mal gucken diese Überlegung werde ich aber jetzt nicht innerhalb dieses Videos machen ihr seht ja auch die weiteren Ausbauten in vielleicht den nächsten Videos mal gucken jetzt kommen wir zu der entscheidende Frage es war ein langes Video für ein relativ kurzes überschaubares Video allerdings ist diese step by step ja Umbaumaßnahmen von verschiedenen Sektoren oder Produktionsflächen natürlich eine Zeit ja das dauert halt nun mal einfach und ich habe euch einfach mal mitgenommen wie ich das halt mache das geht natürlich jetzt kann man natürlich auch schneller machen aber ich lasse mir da einfach mit Zeit und überlege halt das was für mich halt am besten ist zum Weihnachtsmarkt Nummer 1 den ich hier vorne habe der sieht übrigens auch anders aus als der Weihnachtsmarkt in Sektor 9 wie kommt das es gibt einen sozusagen einen Buff den es permanent für den Weihnachtsmarkt gibt den zeige ich euch mal jetzt die Veränderung findet ihr beim Kaufmann unter Verziehung wenn euer Weihnachtsmarkt wenn ihr den schöner findet in diesem klassischen Standardmarkt wie ich halt auch finde dann müsst ihr halt leider Gottes 995 Edelsteine für die ewige ja Umänderung des Aussehens investieren oder für 50 Diamanten verändert er sein Aussehen für 15 Tage ich habe zwar noch einige Sachen wo ich verschiedene Gebäude mit dem Aussehen verändern kann leider nicht mehr für den Weihnachtsmarkt und ich möchte zurzeit auch diese 995 Edelsteine bzw. Diamanten nicht investieren nur um den Weihnachtsmarkt halt optisch zu ändern obwohl ich den halt in der Standard Variation besser finde nun kommen wir auch mal zum Ende und zwar die Frage zu beantworten geht oder ob das geht mit zwei parallelen Weihnachtsmärkten ihr seht ja Uplinkzeit 3 Stunden 30 und hier habt ihr einen grünen Pfeil und das würde bedeuten es geht und hier seht ihr natürlich auch ich könnte jetzt den Weihnachtsmarkt hier auch nochmal anklicken das macht aber keinen Sinn weil die umstehenden Gebäude natürlich noch von der Erstaktivierung betroffen sind daher kann man einen zweiten Weihnachtsmarkt auch aktivieren das werde ich jetzt auch mal machen um euch das zu zeigen es dauert natürlich ein bisschen und dementsprechend sind die Gebäude die jetzt in diesem Weihnachtsmarkt drumherum stehen auch von der Förderung betroffen das heißt es geht ihr müsst dann nur darauf achten dass die Abklingzeit einfach relativ weit unten ist somit könnt ihr so schnell wie möglich halt zwei Weihnachtsmärkte parallel laufen lassen wenn ihr mehr Weihnachtsmärkte habt oder habt als ich jetzt und ich denke mal es haben einige mehr als sechs könnt ihr dann natürlich dementsprechend ja noch eher diesen Buff von zwei Weihnachtsmärkten profitieren wenn ihr weniger habt würde sich die Abklingzeit natürlich erhöhen und somit müsstet ihr länger warten um Weihnachtsmärkte parallel laufen zu lassen ich habe jetzt auch mal den Umbau komplett soweit beendet zu den Kosten der Versetzung der ganzen Gebäude jetzt in dem Fall zum Beispiel die Metzgerei 1200 Marmor 1200 Münzen diese Kosten sind mir bewusst dass ich die halt in Kauf nehme und das hin und her setzen ist halt schon nicht gerade wenig und ich mache das ja auch relativ oft aber ja ich möchte das einfach so und nehme natürlich dann dementsprechend die Kosten in Kauf und es gibt viele Leute die halt diese Umbaumaßnahmen oder diese auch wenn es nur aus optischen Gründen ist nicht machen wollen klar jeder kann mit seiner Insel machen und tun was sie was sie halt gerne möchten ich gehe halt diesen Weg ja so sieht es halt aus ich habe die drei Fischzuchten die hier noch stand hier hinten somit sind jetzt die Fischzuchten auch alle auf einen Ort diese werden natürlich nicht von Weihnachtsmarkt profitieren die müsste ich dann halt so separat buffen allerdings ist das jetzt ja ein kleineres Problem was jetzt nicht so wichtig für mich ist ok ich hoffe ich habe die Frage nun euch beantwortet natürlich diese ganzen Umbaumaßnahmen nahmen jetzt sehr viel Zeit in Anspruch in ja in diesem Video aber ich denke mal das ist ok soweit weil man halt step by step sehen kann was es teilweise für ein Aufwand ist also planerischen wie auch zeitlichen und auch was es halt auch kostet um das mal ist halt kein Verhältnis zu diesem Sektor und in Zukunft werden mit Sicherheit auch noch die ein oder anderen Umbaumaßnahmen kommen allerdings wird das ein anderes Video oder ein anderes Thema sein im heutigen Video möchte ich mich jetzt bedanken wenn ihr Fragen Anregungen oder berechtigte Kritik habt einfach in die Kommentarsektion unterhalb dieses Videos gerne machen wenn ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpassen wollt gerne ein Abo und einen Daumen hoch dann würde ich mich sehr freuen und hilft natürlich auch um das Spiel Die Siedler Online auch anderen Spielern egal ob neu oder alte Hasen gerne einfach dass diese Informationen an andere Spieler weitergetragen werden deswegen sage ich auf Wiedersehen und Tschüss